Ja, so sucht, ich will mit dir ausschalten. Alles Pesten. Also, noch ein. Damit es klar ist. Ja, ich habe es doch verstanden. Dein Pferd und dein Pflegepferd. Ja. Hey. Aber ist nicht so schlimm, sie ist halt. Ein sehr komischer Fängst. Ich finde ihn süß. Ja, vom Aussehen her. Aber vom Charakter ist ja komisch. Hä, was? Nein. Ernsthaft jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach noch gar keinen Bock mehr. Ich halte es nicht aus. Er will doch nur mit dir spielen. Na, komm, mein Hübscher. Immer, immer. Bist du so süß? Das ist so unfair. Das ist unfair. Nix, nix. Na, mein Hübscher. Verkleck dich mal. Warte, umdrehen. Oh, oh. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Und heute Abend ist das Turnier. Komm, komm, komm. Ja, ich komme, Dad. Alles okay? Ja, und hör auf, einfach zu singen. Hilf mir lieber hoch. Ja, ich werde auf dem Pferd setzen. Ist alles okay? Keine Ahnung, ich bin untergefallen. Ich bin gestolpert. Das geht aber schon wieder. Ist wirklich alles okay? Ja, passt schon. Ich gehe jetzt, ähm, 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 reiten. Ja, genau. Ja, genau. Die haben doch geirrt. Ja, hat er auch das Gefühl, es wird nicht. Nein? Und du, mein Süßer? Na, komm. Irgendwas ist da komisch. Aber ich weiß noch nicht was. Tor frei. Ist frei. Hm. Äh, wie ist denn die Chance? Soll sie nicht so sein? Soll sie sein wie auch Britney. Wie Britney? Mein Pferd. Du hast ein Pferd? Das, auf dem ich sitze! Nicht ausgleichen. Ach so, du hast ein Pferd. Oh. Einmal umschänzen. Wie geht das? Hi Britney. Wie soll ich sie denn halten? Indem du absteigst von Sam? Und sie dann hier festhältst? Ach so, ich dachte schon von unten halten und dann nach oben. Ähm, irgendwie so. Keine Ahnung. Gleich halt so. Schalt jetzt ab! Hey, du musst ihn doch schon festhalten! Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht verstehe, wie es geht. Hä? Einfach einen Zügel halten. Was ist daran so schwer, mein Gott? Das ist ein Zügel. Wenn du mir das mal erklären willst. Was ist das hier? Wo geht, wir gehen jetzt? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hey, sie hat die Tänze bei dir falsch gemacht. Ah, komm. Hey, nein. Komm jetzt. Komm jetzt. Pferd. Ich hab einen Namen. So lass ich mir. Das garantiert nicht gefallen. Pferd. Ich hab einen Namen. Ich hab einen Namen. Und bis ihr die nicht einseit, lauf ich vor die Welt. Nein, das geht jetzt so nicht. Ähm, wie heißt dieses Pferd da auf dem Platz? Wie jetzt? Du weißt es einfach nicht. Ähm, nein. Sam. Ach so, okay. Sam. Sam, komm her. Sammy. Nein, es macht mir Spaß, vor dir wegzulaufen. Sam. Ich hab Leckerlis für dich. So läuft, Lars. Kannst du mir bitte helfen beim Tier einfangen? Welches Tier denn? Das Pferd heißt Tim. Aber warte, wieso nennst du mich sie? Naja, weil sie ein flemler Mann sind. Ich bin dein Vater. Ach so. Okay. Daddy, sie ist crazy. Also auf jeden Fall, können sie mir bei einem Tier einfangen helfen? Welches Tier denn? Sam. Das ist doch ein Pferd. Was ist ein Pferd? Daddy, gäbe es mir die Erlaubnis, sie umzubringen? Bitte. Ein. Ein Haar. Und du bist tot. Mit Birthday. Naja, ich fang ihn schon ein. Du kannst dich schon mal ausschauen. Wahrscheinlich hat der Schlag, also wahrscheinlich wege, runtergefallen. Wahrscheinlich wege runtergefallen. Herr, komm. Willst du Futter gestrichen haben? Lolli wird dich sehr umbringen, Lolli. Das Schöne bist du heute die ganze Zeit hier in der Halle leim. Zuerst aber mache ich alle Türen und Fenster zu. Und was weiter passiert, das weiß ich zwar doch nicht, aber mal schauen. Vielleicht tue ich doch den Wetzker. Okay. 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 Und. Vielen Dank.